Ja, jetzt geht's weiter. Ich sage es am Anfang in der Show, Wintersportorte, immer bildhübsche Mädchen, wir haben auch ein paar bildhübsche Mädchen hier, die inzwischen schon sehr berühmt sind, sie heißen die Dolly Dots und es gibt zum Beispiel in Holland von den Dolly Dots Tapeten sogar, es gibt da alles von den Dolly Dots. Auch im Ausland sind sie sehr bekannt. Heute Abend eine neue Platte, die sie singen, Tell Me Why, the Dolly Dots. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 BR 2018 BR 2018 Untertitelung. BR 2018 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 BR 2018